Okay. Black Screen of Doom. Black Screen of Doom. Der Sturm wartet nicht. Und wir auch nicht. Macht euch bereit für den Signalfall. Jetzt. Die Mongolen kommen. Wir mähen jeden nieder, der durchkommt. Kein Sound, nichts. Ich seh keinen. Das ist für meine Söhne. Die Tinten acht mal, Soko. Lass sie nicht hinter uns. Greifen wir sie an. Ich seh nichts. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nicht Juna. Fuck you. Holy shit, wie die hier abgehen, ey. Okay, die sind mir gefühlt ein Stück zu tanky, wenn ich ehrlich bin. Okay, die sind mir gefühlt. Okay, die sind mir gefühlt. Okay, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Nicht mit der Rüstung. Ich brauche die andere Rüstung. Ich brauche Gosakos Rüstung. Ob ich will oder nicht. Dieses erhöhte Taumelschaden ist... ...so nicht zu verachten. Sonst sitze ich hier die nächsten drei Jahre. Könntest du bitte ins Gebiet zurückkommen? Hallo? Ach, leck mich doch. Yay, Feidel. Die sind die ganzen fucking Spongebob-Mobs tot. Alter, sind das Damage-Schwämme. Das ist ja absurd. Keine Kunai, nichts? Nee, natürlich nicht. Oh, geht doch. Man muss nur jagen, man. Können wir dann. Auf geht's, ab geht's. Ah, ihr habt es geschafft. Das Ende steht bevor. Heute wird der Khan sterben. Fürst Shimura ist nicht hier. Wir kämpfen allein. Wir starten einen Angriff auf das Haupttor. Lenken die Mongolen ab, während du hineinschleichst. Sie werden euch überrennen. Wir sind weit gekommen. Wir werden jetzt nicht umkehren. Ihr seid die tapfersten Krieger, die ich je kannte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Überlasst uns den Kampf. Das, was mir gerade auffällt, da fehlt ein besonderes Accessoire. Ich meine, die Maske ist gut und schön, oder? Aber weißt du, welche Maske viel besser ist? Wait, what is this? Ach so. So. Und dazu, äh, let's go. Worauf warten wir? Keine Gnade für die Mongolen. Kämpft. Wir kämpfen für Fürstsakai. Für den Geist. Hä? Wo soll ich denn hin? Oh, okay. Klar. Ich muss auf ein Dach hinauf. Das Lager ausspäden. Würden wir den Kampf? Habt ihr fertig mit euren Aim-Bots? Sonst noch wer? Oh, hi. Nochmal Kunai, bitte. Warum hat hier keiner Kunai? Klar. Hier? Wenn ich,ỡFäden wir runter hier. Wenn ich meine, wenn ich es nicht Stealth machen muss, dann mache ich es ja doch nicht Stealth. Ich guess das... Ja, eben. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut machen kann, aber ich glaube, dass ich es nicht so gut machen kann. Keine Gnade! Kehre ins Missionsgebiet zurück. Mit einem Traing. Ein Traing-Grillie. Hahaha, ist ja wartet. Come on, Spiel! Hahaha, ist ja wartet. Wep. Wep. Mhm. Yep. Yep, yep. Okay. Okay. What the fuck? Guckt euch diese Tanks an. Ach, das ist keine Tür, natürlich nicht. Ihr seht mich nicht, tut mich so als ob. See. Quasi unsichtbar. Loser! 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 Okay, wer will noch nicht mehr, halt nochmal... Oh, go! Okay, fuck you guys Oh Gott ist das Nervtürtens, hier ist West Kunai Die sind viel zu tanky Das war... Plot All dieser Tod Weil ihr und euer Onkel euch nicht ergeben wolltet Ich bot euch Frieden Und ihr... ...wetet Krieg Jetzt... Wird euer Volk auf dem Festland... Bleibt Ihr werdet diese Insel nie verlassen Ich werde die Bewohner von Tsushima retten Rache, der kleinliche Wunsch eines Kindes Bleibst du auch mal an? Oh, hi Hast du auch irgendwas, was man parieren kann? Oder hast du einfach nur... liessen IMT Ihr werdet mit ihm verlassen Für euch Rache Rock Rein Keine Ahnung wie man dem Shit ausweicht Ich drück den Button by the way aber Ich find's halt Der Fight ist in einem gewissen Sinne unfair Und ich werde euch erklären warum Er trägt ein Speer Korrekt Lass mich nochmal genau diese Fähigkeit Hier durchlesen Mhm Mhm Okay Cool Zählt jetzt bestimmt nicht weil Oh nee es ist kein Speer Es ist irgendwas Wie soll man den dodgen Motherfucker Motherfucker Ja Ja greif ihn halt nicht an Willst du mich verarschen Dude ich bin gerollt Jeder in meinem Stream hat die Animation gesehen Du hast du auch irgendwas was blockbar ist Ist ja der Wahnsinn Trotz Sidestep Ja das ist ja fair Das ist ja fair Ja Natürlich Ich block den Pfeil Und ich bin trotzdem vergiftet davon Was zur Hölle ist das Kann ich nicht einfach eben hinterherlaufen Oh Motherfucker Nice tracking I can't do shit Das ist Das ist Ich finde es halt gut Ich stehe hier quasi ohne Ressourcen Ohne alles Ja Ja Nimm den Input nicht Ist okay Wir mussten ja unbedingt an Wasser kämpfen Oh natürlich Dein letzter Angriff ist natürlich unblockbar Weißt du wenn ich einfach zehnmal daneben schlag Gewinnt der Gegner halt auch irgendwann mal Ach so Ach so Jetzt wird nicht mal mehr gewartet darauf Oh Leck mich Warum kann ich Hallo Okay What the fuck is wrong hier Irgendwas ist Richtig fischig Okay so langsam wird es frustrierend Ich kämpfe die ganze Zeit Gegen alles und die Welt Und habe keine Probleme Und jetzt plötzlich Funktioniert nichts mehr Was ich vorher gemacht habe Ja Nice Ich drück den Button I can't do shit What the Du willst mich doch verarschen Okay lass mal hier rüber Hier sieht man nicht so viel mehr Vielleicht hilft das Kommt mal her Vielleicht ist die Framerate hier besser Oder was Nö Nimm den Button nicht Oh den hat er genommen Das kann jetzt eine Weile dauern Ich kann halt nichts tun Das ist Ich muss Ich muss jede Attacke vorher wissen Ich muss Literal jede Attacke vorher kennen Ja siehst du Die wachten nämlich nicht mehr Okay Ich sehe das Ich sehe das Problem Die haben sonst immer gewartet Okay Wie der Karn hier einfach zwischen steht Als kleiner Trashmob Dein Ernst Dein Ernst Dein Ernst Dein Ernst Hey Karn Hey Karn You have to be fucking shitting me Ach natürlich Wo sind jetzt die 200 Mobs her gespawnt Ich sehe das Oh Ja Ja! so wie viel hätte er aus ich komme nicht an die bogenschutz dran oder was doch komme ich ne komme ich nicht du willst mich doch verarschen spiel oh mein gott ist dieser fight unfair so Ja, kein Winkel. Ja, das ist ja ein Funfight. Okay, das müssten die gewesen sein. Ja, das ist ja ein Funfight. 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 An uns wird man sich erinnern. Auf ewig. Nein, ihr werdet vergessen. Ja, das ist ja ein Funfight. Juna? Sieht aus wie Juna. Ja, das ist ja ein Funfight. Ich finde es gut, wie meine Kopfbedeckung mitten in ihrem Kopf ist. Ja, das ist ja ein Funfight. Ja, das ist ja 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 Funfight. Ja. Ja, das ist ja Funfight.